Raikou und Entei sind als Download-Event verfügbar. Wie ihr die Pokémon bekommen könnt und nähere Details zum Event findet ihr in diesem Video. Startet zunächst euer Spiel und wählt den Punkt Geheimgeschehen aus. Wenn ihr das getan habt, müsst ihr anschließend im Untermenü auf den Punkt Geschenkempfang gehen. Wählt nun den Punkt per Internetempfang aus und bestätigt die Frage mit Ja. Geht anschließend in ein beliebiges Pokémon Center und holt euch das legendäre Pokémon als Geschenk ab. Danach steht euch auch nichts mehr im Wege dieses In-Game zu benutzen. Auch bei diesem Event gibt es wieder Unterschiede zwischen Sonne und Mond und Ultrasonne und Ultramond. Während in Sonne und Mond die beiden Pokémon Level 60 sind, sind sie in Ultrasonne und Ultramond Level 100. Außerdem tragen sie in Ultrasonne und Ultramond einen Goldkronkorken. Auch der Movepool in den jeweiligen Editionen ist unterschiedlich bei den Pokémon. So beherrscht Entei seinen berüchtigten Läuterfeuer direkt in Ultrasonne und Ultramond. Ihr erhaltet immer das Pokémon, welches in der jeweiligen Edition nicht fangbar ist. Habt ihr in der Ultra-Dimension Zero Wasser, sowohl Entei als auch Raikou mit dabei, könnt ihr das legendäre Pokémon Suikun dort antreffen. Es lohnt sich also beide Pokémon zu besitzen. Das Event findet vom 4. April 2018 bis zum 25. April 2018 per Internetverteilung statt. Freut ihr euch, dass das Event kein GameStop-Event ist und so ihr das Pokémon von zu Hause aus downloaden könnt? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, hier an der Stelle liken nicht vergessen. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr dies nun mit dem Abonnieren-Button gerne tun, um keine weiteren Videos rund um Pokémon zu verpassen. Doch ich verabschiede mich hier an der Stelle und sage bis dann, Servus und Ciao, meine Freunde des Pokémon-Universums. Und wenn euch das Video gefallen hat, schreibt euch an, Servus und Ciao, meine Freunde,